Ich finde es sehr gut. Ich gucke gerade die ganze Zeit, ob hier irgendwas versteckt ist. Das ist gerade wie ein Labyrinth aufgebaut. Oh, hier ist der Ausgang. Gut. Alles klar, okay. Äh, die hier. So. Ähm, die und dann rot. Gut, das war jetzt nicht so lange schwer tatsächlich. Ähm. 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 Ich habe die Farbe noch gesehen. So. Keine Ahnung, ich finde die Musik echt mega schön hier. Äh, was ist das denn jetzt anstehen? Oh, ja, so schon mal nicht. Die Figürchen da oben sehen süß aus. So, also, mal kurz überlegen, schön, dass wir hier gelb haben, das bringt uns natürlich jetzt nicht viel, also. Okay, so, ah, okay, jetzt, ich weiß jetzt wie, ich weiß jetzt wie. Ich weiß jetzt wie. So. Okay, das heißt, da ist mal was blau hier weg. Dann. So. Äh, blau bitte, danke. Ach, ja, warte. Okay, funktioniert schon mal nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, alles klar. Ähm. Ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Was passiert, wenn ich hier den mache? Geht das auf? Ah, okay, ich weiß, glaube ich, glaube ich weiß wie. Okay, das heißt, einmal hier hin. So. 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 Zack, zack. So, dann das blaue. problème. Haben natürlich den falschen木 booked, aber ist egal. Das ist ja vollkommen scheißegal. Denn ich kann jetzt erstmal hier hoch. so zack aber ich erstmal hier so runter so das heißt der kann dann hier der packt den packt schon hier hin so an der warte der blau muss dahin genau ja ja und 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 Okay, es ist gar nicht so einfach tatsächlich jetzt. Der blaue muss auf jeden Fall hier hin, nur wie krieg ich ihn hier hin? Ich kann ihn nicht da hinschieben. Ich kann ihn nicht da hinschieben. Das Ding. Der blaue muss nicht da hinschieben, der blaue muss hier hin. Alles klar. So. Der muss jetzt hier hin. So. Uff, wird immer schwieriger. Okay. Schatz, was war das für eine Farbe jetzt? Okay, blau. So. 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 Achso, okay, alles klar, verstehe. Ich verstehe, so. Ich verstehe, so. Oh, was für ein Kampf. Noch eine Farbe. Das dürfte jetzt die vorletzte sein, ne? Ja. Die ist ein bisschen angenehm, habe ich das Gefühl. Es klingt mal gelb. Je mehr Farben, desto schwieriger wird natürlich das Spiel, ist klar. Aber es ist echt, echt interessant. Es ist wirklich gut gemacht, das Spiel. Ich finde es sogar nicht zu schwer, aber auch nicht so leicht. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Am Ende der ganzen Geschichte.